Morgen geht ein Krieg los, bumm, eine Woche alle bomben sich weg und vielleicht überleben ein paar Leute. Vielleicht überleben auch nur die Kakerlaken oder so, ich weiß das nicht. Ja, aber ey, überleg mal, einfach das Elend wäre vorbei, verstehst du? Man könnte neu anfangen. Sehnst du dich nicht? Hast du nicht? Hurra, die Welt geht unter von K.I.Z. gehört und so geträumt. Ah ja, stimmt, ja, wie schön das wäre eigentlich alles. Das wäre voll geil. Unser Wunsch fürs Jahr 2017, die Welt soll bitte ganz, ganz schnell untergehen, damit wir diese Scheiße hier endlich alle durchhaben. Ja, ey, wenn die Welt nicht vorhat, sich zu bessern, dann soll sie jetzt wenigstens durchziehen einmal. Nein, ich bin ganz, ganz anderer Meinung. Ich wünsche mir ganz, ganz doll, dass die Welt noch ein bisschen so bleibt, wie sie ist. Du und Katrin, ne?